Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemand wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war ein Zug voraus. Jetzt hat er tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zum Makarov. Ghost, die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas von Rojas rechter Hand. Negativ. Sie haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Er haut ab! Roach! Na los! Na los! Ghost, unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Treffpunkt beim Hotel Rio und gehen den Weg auf Steine. Verstanden. Bin auf dem Weg. Er ist in die Gatte. Vorsichtig schießen. Wir brauchen ihn lebendig. Roach! Zielen Sie auf sein Bein! Er ist getroffen. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Mead und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rochas. Er ist dort rein. Achtung! Es sind Zivilisten im Elendsviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Mead, schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger! Bravo 6, wir haben die feindliche Militze im Unterarmdorf angegriffen. Roach, ich bin bei Ihnen! Auf die Decke! Los! Roach, Lagerbericht. Over. Überall Milizkämpfer, aber kein Zeichen muss drauf an! Over! Verstanden. Weiter berufen. Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen. Ende. Los! Beheilung! Los! Roach! Da ist einer auf dem Patron! Er ist zerstopft! Wir sind nicht aus der Deckung! Mit hat er erwischt! Mit hat er erwischt! Die Strecke ist ein Schuss! 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 Roach, ich werde jetzt hoch! Roach, wir wissen wo Rochas ist! Er ist nach Westen unterwegs entlang der oberen Eelensviertel-Ebenen! Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt! Schneiden Sie ihm oben den Weg ab! Wir haben keine Zeit für Verstärkungen! Sie müssen das selbst regeln! Viel Glück! Ende! Sie sind mit der Flucht! Sie sind mit der Flucht! Sie müssen wegschauen, schweigen! Sie sind mit der Flucht! 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 Das ist Feindgebiet, Roach! Die kennen sich genau aus! Achtet Sie auf hinterher! Gehen Sie vorsichtig vor! Auf die Becher! Acht, Roach! Wir wurden schon von Raketenwerfern und MGs von oben beschossen! Roach! Wir sind unter starken Beschuss von der Miliz! Aber ich erföre noch was immer noch! Er geht in alle Gebäude! Sehen Sie ihn, Ghost? Bestätigt! Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack! Das wird ihn aushalten! Roach! Wir verhindern, dass er wieder umkehrt! Weiter vorrücken und abförm! Los! 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 Ich habe ihn wieder verloren! Reden Sie mit mir! Ich bin an ihm dran! Er versucht mich hier unteren Gassen umzukehren! Verstanden! Bleiben Sie dran! Habe Sichtkontakt zu Rochas! Er ist auf dem Markt! Verstöten! Ich gehe auf die Dächer und versuche, ihn von rechts den Weg abzuschneiden. Er muss dann nach Westen! Ich stehe unter starken Beschuss von der Miliz! Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen! Ich muss einen anderen Weg finden! Ich bin jetzt mal einen halben Kilometer östlich pro Markt! Ich kann sehen, wie Rochas über die Dächer rechts von mir läuft! Verstanden! Roach, wir treiben ihn näher zu ihrer Seite des Hügels! Heißen Sie die Augen nach Rochas auf! Er kommt über die Dächer! Den Ego, da esquerda! Eu mato uns! Ich stehe von dem anderen Lassen! Pega ele! Pega ele! Vamo atar ele! Ich sehe doch, Herr Sir! Hier kann einen sauberen Beinschuss passieren! Dann haben wir ihn! Negativ! Das Risiko ist zu hoch! Nicht angreifen! Mist! Verstanden! Vamo atar ele! Come back here! Vamo atar ele! Vamo atar ele! Vamo atar ele! Gehen Sie weiter den Hügel rauf, Roach! Ich habe ihm den Weg abgeschnitten! Er muss nach Westen, über die Dächer! Roach! Er kennt das Gebiet tut, aber wir können ihn ankämpfen! Nicht nachlassen! Los! Los! Roach! Ich habe Lukas gefunden! Er versucht zu entkommen, in Ihre Richtung! Nicht auf ihn schießen! Wir brauchen ihn lebend und unverletzt! Roach! Wir schneiden ihm oben aus dem Hügel den Weg ab! Weiter in diese Richtung treiben! Los! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind auf uns...